hallo freunde herzlich willkommen zurück zu donkey kong country 2 die dies conquest weiter geht's in crazy kremland ich bin hier spannend aufhört haben wir hier bei kremkwai und ja weiter geht's ich wünsche euch viel spaß wenn solche fett lasst ihr wieder nach oben da oder ein abo würde ich mir freuen und ja jetzt gehen wir rein wo sind wir hier kremland ich bin ich war da kommen wir machen bestimmt jede menge bieten mit das ist nämlich hier die kukakabinen höhle so wie es aussieht gehen wir mal rein auf geht's ich hab sie ahnt aber das sieht grafisch wieder mal richtig gut aus da kommen wir alleine ja nicht hoch können wir hier rauf gehen wir warten nur fest das klatschig mal ab da ist da bestimmt die heimraum um gewesen tun wir wieder so als wenn wir alle alle tollen hier aber da können wir bestimmt was irgendwie anpacken oder auf y kann man sich da festhalten ein geheimraum jetzt hat man nicht geahnt find the token ich weiß ja nicht welche welt das ist das ist glaube ich jetzt welt vier war welt vier müsste das sein wenn mich nicht alle täuscht woher da jetzt ameisen gibt es auch da sind sie schon die kukakabine wir haben noch ein fass nein in dem moment als die gruppe schwung und habe gewusst naja jetzt wissen wir bescheid ob da drüben was ist ne außer der tod für dixie das ist ein leben drin oder soweit Was war jetzt? Bam 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 Ich wusste, hätte ich rollen müssen. Ach, geht ja nicht. Einfach weiter am Rand. Das war wieder vom Anfang, oder? Das geht ja wieder gut los hier. Also jetzt mal ohne. Sehr gut geht das wieder los hier. Geh weg, du blöde Ameise. Na klar. Nein! Wie viel Leben haben wir denn noch? Zwei? Eins? Zwei? 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 Nein. Ach, da oben war das Leben. Ich hab's vergessen. Mit Diddy. Wir brauchen Dixie. Wir brauchen da auf jeden Fall Dixie. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Leute. Aber jetzt wird alles besser. Da ist nämlich Leben. Das ist schon ein krasser Unterschied. Hier oben ist das fast. Hier oben brauchst du das nicht mehr. Nicht weggeworfen. Ja. Bam 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 bam. Ich komme. Wartet eben knapp. Da drüben jetzt da irgendwo hin. Aber so nicht. Na ja, ist egal. Los, abspringen. Bam bam bam. Ja, na klar. Was will der denn? Ja. Ich hab grad gedacht, ich bereut. Ich hab grad gedacht, ich bereut. Mit Dixie viel einfacher ist so ein bisschen der Cranky Kong. Nein, ich wollte grad weiterspringen. Ich weiß nicht, warum ich's nicht gemacht hab. Wann ist denn am besten? Wenn sie oben ist oder wenn sie unten ist? Nein, ich wusste, das war ja nicht klug. Aber wir haben zwei Leben. Boah, das ist die erste Welt, Leute. Das wird der erste Part, wo ich splitten muss. Wie kommt der da hier wieder zurück, oder? Ach, jetzt bin ich zurückgegangen. Geht er hier links lang? Mal hatten wir... Warum? Letzter Versuch, Leute. Das ist der letzte Versuch. Erste Level, ey. Das darfst du ja keinem erzählen. Ich bin ich, da bin ich mich, da bin ich. Ich bin, da bin ich. Konzentrationsmodus, Leute. Wir sind wirklich so ein bisschen ruhig. Wir haben ein Leben. Das ist schon mal sehr gut. Ja, Mann. Wer hat dann fast gehabt? Oh, Mist. Scheiße. Und jetzt oder mit Didi den Quatsch? Oh, wir haben einen Versuch haben wir noch. Das ist der erste Level. Das ist der erste Level. Lass mal den Dixi holen. Jetzt machen wir das, Leute. Arsche treten. Jetzt. Zeig mir, wie du dir fühlst. Die fühlt mich noch nie getrübt. Jetzt wartet, Leute. Wollt ihr sehen. Halt, schon wieder fast zu weit. War das ein Fass? Als wir jetzt scheiße bauen. Das war ja schon mal ganz nice. Da oben. Jetzt sieh ich's. Geil. Oh, danke. Danke. Jetzt sind wir ja bloß hier. Warte, hier hab's ne Spinne. Ist immer noch nie so heiß. Prost auf euch. Ich weiß ja nicht, wie lange er hat. Derzeit dauert hier 15 Minuten. Ach, wir können direkt saven. Das machen wir mal gleich. Sicher, sicher. Erste Mal ist noch umsonst. Danach kostet es 2 Münzen. Wie war es in den anderen Welten? 2, wa? Ja. 2 Coins. So. Weiter jetzt. Oh, sind wir denn hier auf dem Rummel? Oh, ja. Guck mal hier. Loren Level, Leute. Ach, du Kacke. Müssen wir immer noch in den Schalter betätigen? Na, Sigi. Und wir haben null Leben. Ich freue mich doch. Ja, na klar. Mach doch besser. Warum denn nicht? Ach, rüberspringen geht nicht. Jetzt verarschen die uns auch noch hier mit denen. Habt ihr gesehen? Na, klappt halt. Habt ihr gesehen? Na, alle töten. Zieh! Quark! Quarks! Ja, haben wir noch. Jawoll, Sigi. Das war eine schöne Kremling-Münze. Jawohl. Das ist das. Machen wir auf die Tore. Jawohl. Sehr gut. Was sind denn überhaupt wirklich geile? Nein, wollte ich doch ja nicht. Äh. N? Oh, guck, wieder so inner. Geh weg, Mann. Ach, Mann, bitte nicht. Bitte, bitte, lass uns hier nicht drauf geben. Und grün ist gut, rot ist schlecht. Jetzt war ich raus. Ich war raus. Ich war in die Gedanken ganz woanders. Da sind wir schon wieder mal Game Over. Aber wir haben zum Glück gespeichert. Oh, Mann. Da, 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 da. Da, 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 da. Das war noch glorische Zeiten von Rare. einwandfrei so dank dass wir über die sprechen dürfen vielen dank so oft jetzt das erstmal ins gesicht und ab geht die wilde fahrt stimmung grüne düre jawohl bananski was willst du denn mr banana wolf joe achten wir wieder fliegen war direkt in die stapeln geflogen einfach frei sehr gut so sieht es aus so macht man es nicht leute ich war gerade in gedanken war nicht so gut nein ich wollte ran ich war nur zu spät sind jetzt hier in jedem level so dass wir jetzt hier 20 mal sterben dann kann doch die wahre sehr gut sehr gut jetzt mal alles kommentieren hier aber oben geblieben ist auch so ein bisschen trial aber beim ersten mal schaffen das ist schon das ist schon eine menge glück dann aber so hier fünfmal sterben ist muss ohne sein mann ich bin doch hier sprungen kacke nein zu früh das dauert hier ewig das kann doch nicht sein ja klar das ist doch nicht das spiel mag uns nicht jetzt aber jetzt jetzt wird ein glücklicher versuch jetzt wird alles besser pass auf sprung 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 das kommt ja gleich mit der wespe oder also mit der kugel kabine jawohl sehr gut aber wir haben ja die speicher mann 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 auf geht's ab jetzt die wille fahrt schrecklich angewähnen bananas ja was habt ihr heute so gemacht leute ich hab heute Donkey Kong gespielt wenn der Wurm drin ist dann ist er drin also also so 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 Das ist wieder in die Stachelfliegen. Zieh an, Squawks. Ach, scheiße, du hast da wohl eine Meise. So, bis hier ist ja immer kein Problem eigentlich, wenn wir nicht gerade am Anfang abstürzen. So, Leute. Jetzt kommt gleich, wo wir unten durchfahren. Oh, fast abgestürzt. Das war richtig knapp eben. Jawoll. Wieder. Wieder. Wieder das gleiche. Ich weiß nicht, warum ich da nicht springe. Ich check das einfach zu spät. Muss ja so sein. Alles andere macht ja keinen Sinn. Dann haben wir noch ein extra Leben. Brauchen noch eine Münze. Noch eine Banane. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Und er hier wieder. Jetzt kommt er dort unten durch, oder? Ja. Jawoll. Da muss er mit abstürzen. Mit sich runterfallen lassen. Und dann abspringen. Im Sturz. Das ist schon ganz schön haarig hier. Das muss ich ja mal ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall schwieriger als im ersten Teil. Im ersten Teil war einfacher. Oder weil man es schon kannte. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich ja auch schon mal gespielt. Aber einmal vielleicht. Also. Einmal durchspielen. Ich habe extra. Jawoll. Nicht springen. Bitte Ende 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 Ende. Aber was? Ja man. Da muss man anfassen. Aber da kommen wir nicht ran. Ach. Bramble. Scramble. Wie viele Leben haben wir? Zwo. Was sei wohl ein Knall. Nein. Einmal können wir noch. Und dann gehe ich speichern. Der Hede. Das ist ja hier. Wohin. Wohin bist du denn überhaupt lang? Da war auf jeden Fall der Buchstabe. Da war auf jeden Fall der Buchstabe. Das ist ja auch. Und dann fängt man. Das ist ja in der Fall der Buchstabe. Das ist ja in der Fall der Buchstabe. Das ist ja in der Fall der Buchstabe. Nein, ich kann doch schießen. Da hab ich nicht dran gedacht. Da hab ich eben nicht dran gedacht. Gehen schnell zu Omi. Und spreche ich dann ab. Hallo Oma, alles klar. Wir haben 0. Ich könnte noch mit dem SNES speichern. Einprobieren es einfach nochmal. Das muss da wohl schaffbar sein. Oh, eh ne Chance kriegen wir noch. Wir werden ja wohl noch vier Münzen einsammeln. Ach, Münzen. Bananen. Da sind sie. So. Guck mal, da unten können wir... Okay, da mussten wir uns runterfallen lassen. Da unten sind nämlich... Guck mal, bestimmt rechts rüber zum Geheimraum. Die Roten können wir bestimmt nicht abschießen. Hier kommt man von aus. Oh, alle um müssen. Flatter, 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 flatter. Bam, 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 ba-dam. Bam, 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 ba-dam. Bam, bam. Weiß er eh nicht. Nee. Nee. Hm, 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 hm. Wie sie? Sie drehen sich nur eh mal um. Kann ich trauen mal nicht weiter zu fliegen. Bananen. Gab es überhaupt so ein Fass? Ne, oder? Ach, die gibt es glaube ich hier nicht. Bei den Fluglöwen. So ein Fass. Nein. Scheiße. Warte. Wow, warte knapp. Jetzt habe ich vergessen da runter zu gehen. Ich wollte es da ausprobieren. Warte. 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 Wir brauchen nicht mehr viele Bananen, Leute. Warte. 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 Genau. Warte. 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 runter 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 ne lastet hab Angst das ist mega worden von oben sind Bananen Vier Bananen, Leute. Das sind... Oh, ne. Oh Gott, zwei Bananen. Da sind sie. Oh Gott, hier ist erst die Mitte. Ich dachte, die schießen. Ich dachte, die schießen. Woah! Ach du Kacke, ey. Och nö. Gib mir bitte ein Fass. Scheiß auf den... Oh. Ja. Das wollte ich zu viel. Nein. Nein. Ich weiß nicht, wie man schneller fliegt. Dann. Dann. Wow, hört auf damit, hört auf damit. Nein, nicht wieder sowas. Gut, Leute, ich werde da hinzocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Mann! Ich werde da hinzocken und dann sehen wir uns sehr gut. Ich werde da hinzocken. Ich werde da hinzocken. Das war's für heute. Ah, ja, 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 ja. Ja, Mann, Leute, da sind wir wieder am Checkpoint und das gibt es da gar nicht, oder? Oh, Mann, Leute. Oh, die kommen auf uns zu. So, jetzt schaffen wir das aber. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh. Jetzt, auf geht's. Schade. Nein, Mann. Oh, 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 Mann. dort diese in der welt jetzt wieder rein hier aus der stadt direkt kommen wir raus aber wir haben so mit nur eine münze war oder ich geh mal gucken ja eine münze so funky wir müssen wir müssen ja weitermachen jetzt fast immer probier ich es noch oder fünfmal was ist jetzt was ist jetzt oben liegen geblieben oder was was will die kaputt hauen oder was jetzt fahr auf die auch einfach sechs stück noch das ding wird immer schneller oder wo das ist immer schneller geworden wo die ampel so geil gebaut was rüber ist sprung wo Jep. Man, miss... Nein, Mann! Da gibt es aber anscheinend keine Pause. Kein Checkpoint. Oh! 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 mich irgendwie erinnern. Nein! Leute! Das ist scheiße! Bist du links was? Ne. Oh, wie ist denn hier kein Fass? Hier. Baden-Yi-Yang. Die ganz schönen Leben, die wir gerade erspielt haben, wo wir unser Loren leveln. Unser Wettränder. Das können wir aber wieder speichern. Die Pse, die. Die Pse, die. Yep. Nein, helf! Ja, das ist in! Yay! Au! Nein, das fällt jetzt im Wasser! Genau, als wir da sind. Hm. Jetzt ist aber langsam Schluss. Ich wusste. Da wusste von fast zu fast, das ist schon ganz schön übel. Oh! 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 Das ist fast gewesen. Jetzt haben wir es aber. Alle kaputt machen? Oh! Wieder damit! Oh! Scheiße! Hör auf! Oh Mann! Oh! Mann! Warum kam das jetzt nicht? Ey! Der war wieder hier! Nein, 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 nein! Du blöde Dingo! Wir leben! Wir haben ja gespeichert zum Glück! Zum Glück haben wir gespeichert! Ja. Probier ich noch mal da. Wie können sie ja noch mal speichern? Was soll ich denn damit? Ach, da müssen wir... Ja, ja... Da hätten wir den nicht töten dürfen. Der hätte dann nach rechts Fässer geschossen. Jetzt wird die wieder rennen. Ja, Kollege, die rennen weg. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das ist, ob man da abkürzen kann. Also so überspringen. Das sieht gar nicht. Das sieht mir so aus. Da unten war bestimmt was. Guck mal, dick. Was ist... Warum? Warum? Warum mache ich so was? So, jetzt. Konzentration. Konzentration. Bäm, weg ist er. Scheiße. Jetzt mit dem Flow. Das ist mir zu heiß. Das war wichtig. Ah, wieder so ein breiten Maul. Arsch. Ah. Ach so, Kacke. Leute, ich muss abspeichern gehen. Müssen wir durch die ganze Welt krabbeln hier. So, vielleicht noch nie gespeichert. Ein Prozent haben wir geschafft. Ich speichern wir natürlich ab, weil wir ein Prozent mehr haben. Das dauert schon wieder ewig hier, der Parten. Ich weiß ja nicht, wie lange. Ne, hoch müssen wir. So. Weiter jetzt. Wer mich speichert. Kann nix mal passieren. Er steckt fester. Hm, schmeckt nüt, wa? Ach, Dixi hat den Nasch. Schon wieder. Nach den Naschkatze. Oh, Mann. Jetzt geht der Hüt los hier wieder. Mann. 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 Oh, Mann. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. machen, wie du willst. Oh Gott, wir müssen runter. Guck dir, fängt uns eine Opfer. Ob jemand hier nicht weiß, wo lang? Oh Gott. Nein, oh Scheiße. Ich will da jetzt. Das ist mir ein Scheer, Alter. Aber das ist nur ein Geheimraum. Es war eine Abkürzung, wäre wie gewesen. Eine Abkürzung wäre wie gewesen, Leute. Ich hier. Jetzt ist er es hier. Wir haben nur noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt es Rambi. Wenn wir jetzt ein Bienen wegbouncen. Guck mal da oben. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum war da die Musik so komisch? Ich dachte, wir müssen die jetzt weghauen War aber ja nicht Da kommt der Boss, Leute Wie viel Leben haben wir denn noch? Eins Eins Wir können damit nicht speichern Das ist einer ja nicht Ja? 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 ein arsch so schießen alles klar ich bin noch damit macht man nicht ich habe gesagt das macht man nicht da müssen wir den stachel treffen achten stachel wo ist er ich gehe mal gucken ob wir speichern können ich muss verzeug machen ich habe keine lustig machen speicher max wir sind nämlich speicher max wieder ein prozent mehr da lohnt sich das immer zu speichern bei ein prozent mehr fortschritt und die zeit verliebt und verliebt aber jetzt jetzt schaffen wir heute wenn wir speichern und das ist immer nüde zeichen aber tatsächlich nur von hinten war starre treffen nein blöde mistvieh nein und game over war schon lange nicht mehr scheiße naja schnell hochdrücken hier bing 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 alles so auf geht's hier rüber da haben wir alles geschafft hier zack so auf geht's so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, Mann Was ist das jetzt? Eine Knalle oder was? Mann, die lädt immer wieder auf? Ich habe mich jetzt schon so... Da hätte man schon aus Zufall mehr als zwei wegschießen müssen. Nicht so wie ich. Ene da, als wäre... Aus Zufall schon. Das gibt's doch ja nicht. Wann werde ich denn da immer zweimal getroffen? Was ist denn das vier jetzt da? Das ist eine Frechheit, ist das? Eine bodenlose Frischheit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. das geht doch gar nicht dass man das nicht trifft man ist dann irgendwann auch schon so gefrustet und haut einmal sagt dann so ach was wir doch ich mache jetzt und dann packt man nur noch und tunnel ist ein tunnel ist mir ja tunnel wespe ist der er einfach abhauen ist der beste mann ich hab den doch getroffen ich bin knapp mal nicht getroffen was sollte kommt jetzt nach oben nein nein lass mich in Ruhe haben wir was? was ist das ein blöde Mistvieh jetzt geh weg, geh bloß weg endlich Leute endlich nicht das gibt es doch gar nicht gloomy gullsch gullsch wie auch immer ich bedanke mich für zusehen wenn es euch verhindert lasst da bitte einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder ja und ich würde sagen dann sehen wir uns im nächsten Part zu Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest oder im nächsten Stream und ja ich verabschiede mich ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hier Crazy Kremler das war wirklich crazy Leute also bis dahin macht's gut tschüss ciao und auf wiedersehen bye bye Leute oh man 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 Untertitelung des ZDF, 2020